Schön, sich wiederzusehen! Willkommen, Junge! Ich bin Ihre Majestät, die Herzkönigin! Was machst du da? Nein, nein! Bloß nicht das Kleid zerknittern! Bin ich nicht graziell! Gut, wenn du gehen musst, dann erlaube ich ihn! Glaub mir! Hey, junger Mann! Ich bin das weiße Kaninchen, königlicher Herold, ihrer kaiserlichen Hoheit, der Herzkönigin! Oh, Hände schütteln! Natürlich! Eine Umarmung! Ja, meine Güte! Ja, was tust du? Oh, oh, ich fliege! Ein königliches Aufwiedersehen vom Herold, ihrer Majestät! Oh! Haltet mich jetzt nicht auf! Hier bin ich! Hallo! Ich bin Arielle! Wie schön, einen so netten jungen Mann zu treffen! Ist das nicht toll hier? Oh, es gibt hier so viele Dinge, die wir unten im Meer nicht haben! Könntest du mir helfen, ein paar Dingelhopper zu finden? Ich hätte gern mehr von ihnen in meiner Sammlung! Wenn du welche siehst, bring sie mir, bitte! Das macht Spaß! Du bist so süß! Oh, du bist ein toller Tänzer! Genau wie Prinz Ehen! Oh je! Du bist so ruhig! Tschüss! Und denk daran! Such Dingelhopper! Ach! Wenn der Märchenprinz einen Gläser in einem Pantoffel finden kann, finden wir dies! Haltet die Augen auf! Ich sage dir Bescheid, wenn ich etwas sehe! Wow! Du hast sie! Die eisige Mütze wird Donals Hitzkopf etwas abkühlen! Bring sie ihm lieber gleich. Ein Goofy-Autogramm für meinen besten Freund. Hier, bitte. Für dich unterschrieben. Komm bald mal wieder. Hier, bitte. Was für... Wow, dir der Fett ist hier, boy. Meine Mutter ist wichtig zu suchen. Okay, schon für uns zu tun mit meiner Lieblingsbetsche. Die Weltkampf kann beginnen. Wir tun das! Du bist ja, du hast ja, du hast ja jetzt. Das war's für heute, und ich bin jetzt wieder auf der Barsche. Oh ja, das ist besser, wenn du bestätigst, aber erst mal wieder. Da geht's, du darfst dich im Leben. Tschüss, tschüss, bitte, sagt mir. Okay, Stufe 3. So, ich will nicht sehen, was weiß ich nicht mehr. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, Junge, du hast für mich echt alles gegeben. Das Fotoalbum ist vollständig. Was für eine tolle Überraschung für Minnie. Oh, weißt du was? Ich hab eine Idee. Weil du mir so viel geholfen hast, möchte ich, dass du, Minnie, das Album gibst. Da wäre die Überraschung noch größer. Du möchtest mein Autogramm haben? Wow, welch eine Ehre. Ich wette, du kriegst jede Menge Autogramme, oder? Tschüss und denk doch bitte an Minis Fotoalbum. Hallo, ich heiße Minnie Maus und ich freue mich, dich kennenzulernen. Oh, das ist für mich, Philipp. Und du hast Micky geholfen, nicht wahr? Ich habe auch eine Kleinigkeit für dich. Es ist mir eine Ehre. Ich danke dir sehr. Oh, ich lebe, um Arme. Ich konnte den ganzen Tag tanzen. Viel Spaß. Ich habe dich lieb. Oh, wie schön, euch alle zu sehen. Hallo. Schön, dich wiederzusehen. Hey, du bekommst einen Zauberstab von Cinderella. Oh, ich muss Fabius alles über diesen Ort herziehen. Da ist einer. Ich wusste, wir finden sie. Hab dich. Liebe Güte, noch einer. Lassen wir die übrigen auf. Hab dich. Hab dich. Hurra, wir haben alle gefunden. Jetzt bringen wir sie zurück und sehen, was passiert. Hallo. Wir müssen unbedingt in It's a Small World. Wir müssen in It's a Small World. Wir müssen in It's a Small World. Der fröhlichsten Kreuzfahrt, die die Welt je gesehen hat. Auf dieser Reise werden wir vielen verschiedenen Orten und Kulturen begegnen. Worauf warten wir noch? Dreh die Kurbel am Boot und lass uns auf die Reise gehen. Jetzt kommen wir zu den historischen Städten Europas. Die Tänzer zeigen dir ein paar neue Tanzschritte. Folge ihnen einfach. Die Tänzer der工, die sie gesehen hat. Die Tänzer der工, die Sie be XYZ schützen. Die Tänzer erläutern, die die Fellinится. Die Tänzer erwart Meteor. Die Tänzer erläutern, die sie aber auch hier ist. Die Tänzer herst du oder? Die Tänzer herritte. 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 Musik Und los geht's! Lass uns sehen, was wir auf hoher See noch so alles finden. Musik Willkommen auf dem schönen und friedlichen Kontinent Asien. Folge den Tänzern. Sie zeigen dir ein paar neue Tanzschritte. Musik 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 Das war toll. Aber ich glaube, wir müssen weiter segeln. Los! Wir sind in den staubigen Ebenen und felsigen Tälern des alten amerikanischen Westens. Hey! Sie wollen dir einen Tanz zeigen. Folge ihren Bewegungen und lerne die Tanzschritte. Musik 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 Folge den Tänzern und hilf den anderen zusammen zu tanzen. Musik Musik Tschüss, danke für die unvergessliche Reise. Ich frage mich, ob es nicht sogar noch mehr Orte gibt, als wir diesmal schon gesehen haben. Musik 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 Musik